Hallo miteinander. Die Schreckensmeldungen der letzten Tage haben natürlich auch mich erreicht und nicht kalt gelassen. Mittlerweile berichten ja nicht nur die freien Medien darüber, sondern alle Medien. Also es erreicht uns alle, was da geschieht. Angst und Schrecken und Panik sollen da verbreitet werden, ist meine Vermutung. Deswegen habe ich mich entschieden, in mich zu gehen, mich abzulenken, auch wenn es manchmal so höhnisch gesagt wird, Brot und Spiele. Manchmal hat es wirklich seinen guten Zweck, zu spielen und auf andere Gedanken zu kommen und sich nicht von diesen Wellen der Angst wegspülen zu lassen. Daher lade ich euch ein, mit zu gucken, wie ich spiele. Im nächsten Video wird es dann natürlich wieder etwas ernster zu gehen, aber heute muss das einfach mal sein. Ich wollte schon lange mal einen Gnomenjäger erstellen, beziehungsweise eine Gnomenjägerin. Die Gnomen sind das kleinste Volk im Spielwölter Vorkraft. Zunächst wird sie gestaltet, Hautfarbe, Gesicht. Ja, sieht man die einzelnen Möglichkeiten. Auch die Frisuren sind ganz unterschiedlich. Später kann man auch zu einem Friseur gehen und die Frisur ändern. Aber es gibt auch hier schon eine Menge Auswahl. Ja, was könnte so eine Jägerin wohl für eine Frisur tragen? So etwas Aufwendiges, vielleicht nicht gut, wenn man im Wald ist, hat man keinen Gamm dabei. Also so eine Strubbelfrisur, die dürfte ausreichen. Die Farbe, ja, das passt auch dazu. Ohrringe, sehr schmückend. Zum Schluss muss da noch ein Name ausgewählt werden. Marielle war natürlich, was sonst. Und schon geht's los. Das Einlocken dauert manchmal etwas, deswegen habe ich das vorgesprochen. Jetzt kommt das Intro. Oh. Ja. 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 zu erobern. Da ihre Chancen schlecht stehen, zählen die Gnome darauf, dass mutige Helden wie ihr vortreten und Farbe bekennen werden. Die Schicksalsstunde eures Volkes hat geschlagen. Dies ist nun das Anfängergebiet der Gnome. Wie man sieht, sind die Chars, also Charaktere, hier vergiftet. Man sieht das an diesem grünlichen Schimmer. Wahrscheinlich sind hier mal Chemtrails runtergegangen oder ähnliches, Geoengineering. Hier müsste vielleicht Greta Thunberg mal nachsehen und etwas tun für dieses schlechte Klima. Vielleicht auch ein CO2-Problem, man weiß es nicht. Hier sieht man noch mehr, verstrahlte und vergiftete Gnome, wirklich schrecklich. Tja, Mariellra ist noch ein bisschen unentschlossen, läuft hin und her, sieht sich um, da springt er eine durch die Gegend. Die meisten Figuren, die man da sieht, sind NPCs, also Nichtspieler. Chars oder Einheiten, die werden vom System gelenkt. Soweit ich sehe, bin ich hier die Einzige, die wirklich aktiv spielt. Gnome sind wohl nicht mehr so beliebt, gehören noch zu den älteren Völkern, die bereits am Anfang gespielt wurden, bei Klassikzeiten. Inzwischen gibt es noch andere Völker, die vielleicht lieber gespielt werden, von den Spielern, von Neuen vor allem, die dahin gelockt werden, mit immer neuen Erweiterungen und so weiter. Also Mariellra, unentschlossen, wird wohl gleich diese Gegend wieder verlassen. Die Luft ist ja auch sehr giftig. Da ist der Aufzug, der geht nach oben. Dann sehen wir mal, was uns dort erwartet, in luftigen Höhen. Ja, eine schöne Winterlandschaft und wie von Zauberhand verschwindet der grünliche Dampf. Hier oben weht eine klare, kühle Bergluft. Keine Kremschilds am Himmel zu sehen. Wunderbar. Mariellra entscheidet sich, etwas spazieren zu gehen oder zu laufen. Es geht schneller. Hier sieht man merkwürdige Gerätschaften. Ich kann euch auch nicht sagen, was das sein soll. Tiere laufen herum. Die Musik hier finde ich auch sehr schön in dieser Gegend. Da kommen einige Reiter entgegen, auch NPCs. Bräuhall. Ja, die Gnome, genau wie die Zwerge, trinken auch manchmal gern einen über den Durst. Das ist bekannt. Vor allem Bier. Bisschen die Orientierung verloren. Da steht ein Tiger, greift zum Glück nicht an. Da ist nun der Weg, der aus dieser Gegend herausführt. Wo will sie nur hin? Mit ihrem Gewehr. Und noch mehr Reiter auf Robo-Pferden kommen entgegen. So, ein kleiner Schnitt. Da hing das Spiel ein bisschen. Dort vorne sieht man dann den Ausgang aus dieser Gegend. Und dann sieht man den Ausgang aus dieser Gegend. Ein kräftiger Wind weht von den Bergen herunter. Ja, dieser Hasel da an ihrer Seite ist das Tier, das ihr hilft im Kampf übrigens. Für alle, die WoW nicht kennen, Jäger haben immer so ein Tier bei sich. Hier spielt wieder eine andere Musik. Wir sind in einer anderen Gegend. In Dun Morroc. Karanus heißt hier ein Ort. Ich schätze mal, Mariella möchte fliegen. Das ist hier im Spiel eine Möglichkeit, von einem Ort zum anderen zu kommen. Den Flugpunkt bekommt sie jetzt und kann automatisch nach Eisenschmiede. Ganz früher hatten die Ortschaften noch die englischen Namen. Eisenschmiede hieß Iron Forge. Ist aber dann nach zwei Jahren etwa alles eingedeutscht worden, was ich da nicht mehr so schön anhörte, fand ich. Beispielsweise der Ort Puti Bay wurde in Beutebucht umbenannt. Stormwind in Sturmwind. Um nur einige Beispiele zu nehmen. Ja, dieser Ort wird von den Zwergen bewohnt. Die, wie man da sieht, sich mit Stahl, Eisen und den gleichen beschäftigen. Ich schätze mal, Mariella möchte ins Anfängergebiet der Menschen. Dafür muss man die Untergrundbahn absuchen. So ähnlich wie eine U-Bahn, kann man gratis mitfahren. Hier geht es durch die einzelnen Viertel, düsteres Viertel beispielsweise. So ähnlich wie eine Unterricht von der Umgebung ist. So ähnlich wie eine Unterricht ist, was die Zwergen gefahren und will in Beutebüge. Das heißt, wenn man auf Dutzung dasa vogliauertsdruck, was die Verheber von Beutebüge ist, und wir haben dieierlich exclusiv Mode genutzt. Hier links wäre jetzt tatsächlich ein Friseur, aber sie hat noch kein Geld dafür, hat noch nichts verdient, kann sich also den Friseurbesuch nicht leisten. Dort kann man sich übrigens auch die Haare färben lassen. Oh, ein ganz großes Tier, Reittier, schauen wir uns mal näher an, riesig. Im Vergleich zu den Gnomen sind fast alle riesig. Hier ist der Platz, wo die Bank ist und Auktionshaus, da tummeln sich die meisten. Dann geht's weiter, die Untergrundbahn ist nicht mehr weit. Militärviertel. Hier kann man üben, mit den Attrappen kämpfen üben, machen viele gerne, sehen ja wie groß der Schaden ist in ihre Waffen anrichten. World of Warcraft heißt ja Welt der Kriegskunst und hier geht es viel um Waffen und um Schäden, die damit angerichtet werden. Das wird immer ausgerechnet, auch in Zahlen. So, hier geht es noch hinein in die Untergrundbahn. Oder Tiefenbahn. Zwei Gleise sozusagen, da in der Mitte passt man ganz gut ab, kann auch sitzen. Natürlich unangenehm mit den Ratten, hier eine Rattenplage, das muss man hier wohl in Kauf nehmen. Da kommt schon ein Bein. Na, der Haas ist ja anhänglich. Drückt rein, ist kaum abzuhängen. Man könnte den Weg von Eisenschmiede nach Sturmbind auch zu Fuß gehen, ist aber sehr weit führt durch gefährliches Gebiet. Ohne Reit- oder Flugtier, besser nicht. Die Reise hier dauert ja auch nicht lange, nur ein paar Sekunden und schon ist man da. Ja. 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 So, nun sind wir in Sturmwind. die Hauptstadt der Menschen. Wie man sieht, auch die Waffen haben die menschliche Gestalt. Aber Gnome gehören auch dieser Fraktion an und können hier unbehelligt herumlaufen, einkaufen und auch den Greifen benutzen, wenn sie den Flugpunkt haben, alles möglich. Die Gegenfraktion natürlich, die Horde ist das, die würden hier gleich angegriffen werden. Es ist schon etwas dunkel. Hier sind überall Kanäle, wo man über Brücken gehen muss. Der nächste Ort, den wir da erreichen müssten, wäre Goldhain, aber den Flugpunkt hat Mariella noch nicht, weil sie kein Mensch ist, sondern ein Gnom, muss sich die Flugpunkte also hier erst erarbeiten, beziehungsweise erlaufen. Und schon verlassen wir Sturmwind wieder, geht noch über eine große imposante Brücke, die von Wachen gesäumt ist und dann einen befestigten Weg weiter bis nach Goldheim. In den Wald von Elvin. Ja, eine ziemlich anstrengende Reise mit diesen kurzen Beinchen wird sie bestimmt heute Abend Fußschmerzen bekommen. Sieht auch ein bisschen unbequem aus, wie sie da läuft. Den Gang, den hat tatsächlich Blizzard vor kurzem noch verändert bei einigen Völkern. Und das sieht jetzt etwas merkwürdig aus. Mal schauen, ob wir noch vor dem Dunkelwerden das Ziel erreichen. Bevor es noch finsterer wird, es ist ja eigentlich schon dunkel. Da ist noch der Flugpunkt, schnell mitnehmen. Bis zum Anfängergebiet muss man allerdings wieder laufen, da gibt es keine Flugmöglichkeiten mehr. Ich habe die Channel jetzt gewechselt, da ist eben der Kampflok drin, jetzt der allgemeine Lok, wo man sieht, was sich in den einzelnen Gegenden tut. Wenn ich mal kommunizieren da auch Leute miteinander, das kann man hier links in der Ecke nachlesen. Durch das Erkunden der Gebiete ist schon fast das erste Level erreicht, das kann jetzt nicht mehr lang dauern, bis zum Level Up, man fängt mit 1 an und aktuell geht es bis 120. Hier spiele ich aber auf einem Probeaccount, der geht nur bis 20, dafür kostet es nichts. Hier kann man beliebig lange spielen, aber eben nur mit diesem begrenzten Spielebereich und Spielemöglichkeiten. Manches geht gar nicht. Wie zum Beispiel Einkäufe im Auktionshaus, Benutzung des Briefkastens. Haustierkämpfe ist alles nicht möglich, mit Starter Edition. So, plötzlich ist es wieder heller geworden. Ja, ich habe einige Erbstücke erarbeitet, die ich mir jetzt raussuchen kann und anziehen kann. So, jetzt verändert sich das Aussehen durch diese Ausrüstungsgegenstände. Statt Gewehr gibt es jetzt einen Bogen. Die erste Quest ist angenommen, also eine Aufgabe. Hier muss man nun diese Wölfe töten. Und kann Inhalte entnehmen, sogar Schmuck da drin. Ein Stein, Schmuckstein. Und Level Up ist geschafft. Stufe 2. Das graue Zeug kann man hinterher verkaufen. Und ein Beutel droppt auch noch. Viel Glück gehabt. Da versteckt sich jemand hinter dem Busch. Und der kleine Hase hilft fleißig mit. Dafür ist er ja auch da. Die Aufgabe ist abgeschlossen, kann abgegeben werden. Und es gibt eine Belohnung, ein paar Stiefel, die man sich auch gleich anziehen kann. Die Musik kommt aus dieser Kathedrale im Hintergrund. Da sind Mönche drin, die singen. Also alles sehr religiös hier. Jetzt werden diese Spione von der Horde getötet. Das ist die nächste Aufgabe. Die Kundschaften hier, die gehen aus. Ist natürlich nicht erwünscht. Und schon Stufe 3. Jäger lässt sich ziemlich leicht spielen. Ich glaube, ich habe sogar mal gehört, dass die meisten WoW-Spieler sich für Jäger entscheiden. Ob das noch so ist, weiß ich nicht. Das Spiel gibt es ja schon ewig. Auch die Aufgabe ist jetzt beendet. Jetzt schauen wir mal ein bisschen weiter herauf in dem Gebiet. Was da noch zu sehen ist. Das sind die Echokamine. Früher konnte man da auch rein. Aber die ist jetzt verschlossen. Manchmal steht aber eine NPC davor, die auch noch eine Tasche droppt. Aber da muss man Glück haben. Ein kleiner Schnappschuss mit diesem Hintergrund. Und weiter geht's. Diese Quest abgeben. Hier schleichen auch noch ein paar Spione rum. Die muss man nachher noch erledigen. Das sind Goblins. Das sind Goblins. Schnappschuss zu machen. Lockt aus. Sicher tun ihr schon die kleinen Füße weh. Kein Wunder. Nach diesem langen Marsch. Und bis zu heute.